und hallo leute herzlich willkommen zu einem video und ja leute wieder einmal ein sozusagen live gameplay da wir ja nicht livestream momentan durch dadurch dass ich schlechtes internet habe kann ich leider nicht livestream das heißt es kommen momentan keine livestreams nur so live gameplays dafür ja das erste live gameplay ist gestern hochgegangen am freitag und zwar ein apex legends gameplay ja ich habe euch versprochen mal endlich mal neue gameplays neue spiele auch mal im live stream mit zu machen mit ja zu spielen war doch ja das internet ist halt immer zu schlecht jetzt für gerade so spiele wie battlefield da verkackt gerne das internet mal beziehungsweise auch sehr gerne mal im live stream und ja aber ich selbst hat auch wie man ja gesehen hat im gameplay so ohne schon irgendwas verkackt aber zum glück mein internet ist diesmal jetzt besser das heißt jetzt geht das zocken auch wieder besser etwas besser aber es ist immer noch bei ja ich würde sagen 300er upload oder so trotz ich gar nichts mache kein download kein upload also ich bin heute jetzt auch zum ersten mal multiplayer das heißt ja ich bin noch nicht ganz eingezogen deswegen mal gucken mal gucken wie es läuft hier auch mit der letzten neuen mp am start wir spielen außerdem jetzt um die neue mp wir spielen uns jetzt hier er spielen uns jetzt frei wir sind auf der falschen seite hier aber muss ich gerade feststellen das finde ich ein bisschen schade jetzt ich habe einfach komplett nicht gesehen der match dann so im weg läuft hier sind sind sie nicht schon gleich kommentiert hier 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 er ist gestorben komment ich hole dich was hat er für hat er hat schon die neue oh 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 die hat sich aber nice angehört ne digga die hört sich nice an gönnt euch alter gönnt euch leute die hört sich mal richtig nice an die neue mp digga die hört sich mal richtig nice an so gleich respawn digga scheiß kanaden hier alter da kommen ja richtig viele schieß genau schießen immer raus ballern die mgs immer ballern 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 so alles klar flugzeuge oh mein gott digga das hat aber lucky man lucky man war am start ja gut ich wollte jetzt eigentlich auch versuchen flugzeug zu kommen aber der ja holt den jungen aus der flak raus der hat nicht ach mist nicht getroffen der holt den runter der holt den runter jungen du musst den unterholen ah den hat er bestimmt runter geholt denk ich mal wer wenn nicht ey das ist jetzt wirklich alter das war ein frühkönner na kommt keiner unsere jungs sind hier vorne aber hier kommt keiner mehr sind so gut die da oben draufstehene man kennt's sehr geil moin ja moin alter ich schieß einfach mal auf die erde alles klar das ist komplett der gamefehler wieder mal man kennt ihn das einfach komplett da oben erde ist ne wir haben ja voll durch den schaft hindurch geschossen also hier vollkommen durch die schießschadeten durch geschossen hier kann ich nochmal probieren jetzt hier ich hab ja vollkommen hier durch geschossen hier aber vorne im busch sind sie hier vorne ich hab keine granaten natürlich mehr äh ich brauch mal muni Digger wer snipe denn da alter was das für ein sack jungen ey was das für einer ey dann hätte er richtig mal ja zack respawn ist er wieder am straf der ja kommt das nächste flugzeug direkt oder auch nicht das war ein mg hat zusammen mit dem flugzeug ich hab gerade irgendwie hier ein bisschen zu schnell gehabt das ist mir jetzt gut kommt der näher der flugzeug mh toll mh toll mh toll mh toll da kommt einer voll getroffen zweimal ja kann er da kann er da ey die musik ne das ist gerade ein bisschen abfuck schon wenn die musik so kommt und dann ist das so leuchtende ausgeschaltet erst mal hat so da weh natürlich ne moin das dann nicht mit dem mg man kennt der mg mal der mg sonny ach komm Digga warum kann ich dich nicht töten hä läuft halt muntertellerie aber keine flugzeuge läuft doch da kommt einer da kommt einer den hole ich mir junge den hole ich mir ihr seid auch die schlauesten mails der welt Digga setzen einfach mal die kacke hier hin ja deswegen seid ihr schlauesten mails der welt Digga so schnell mal hochziehen schnell mal hochziehen und noch einen flugschuss abgeben so auf premium so ein bisschen laut so wieder hinstellen ja das ist ein bisschen leiser weil ich stell mir nur katz ein bisschen sound um so sechs minuten gameplay Digga also sieben minuten gameplay und die runde ist nicht mal recht verendet ist nicht mehr gewesen jetzt naja gehen wir mal weiter mal gucken welche map jetzt kommt wo ich Iceland durchbruch ok jetzt sind wir amerikaner Leute ich würd mal sagen wir schwitzen mal auf Flugzeug gleich Digga weil ich hab nämlich muss ich ehrlich euch mal so einen kleinen Steepie geben ähm ja ich hab nämlich das amerikanische Flugzeug ein bisschen aufgerüstet den bomber also ja äh der kleine bomber sagen wir mal so äh ja also wir gehen definitiv jetzt auf Flugzeug damit äh weil ich auch über gut am Flugzeug bin und jetzt kein schlechtes internet hab Leute kann ich euch mal richtig zeigen hier wie man Skill haben kann in der Luft mit dem Flugzeug na kann ich euch mal zeigen da 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 aber ich werd auch äh nur damit's nicht komisch ist äh ja jetzt sind es acht minuten durch bei mir ähm ja ich werd da ein bisschen am Gameplay rum ähm schnippeln das heißt es wird ein bisschen schneller sein deswegen rede ich auch ein bisschen schneller wahrscheinlich dann nicht so langsam wie es beim also normal wäre also ja es wird ein bisschen schneller sein so jetzt schnell drauf schwitzen auf Flugzeug komm gib Flugzeug bitte wir wollen Flugzeug wir wollen Flugzeug Leute wir wollen Flugzeug ins Flukie Zeugie haben wir mal so jetzt 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 wo ist es wo ist es da da ist noch eins Hammer nice Leute wir sitzen im Flieger auch hier noch neue Lackierungen drauf geballert Leute äh muss ich euch da in der Luft zeigen ich hab leider noch kein Gameplay hochlagen wir können das noch keine News gibt weiter ähm hier außen hab ich nämlich noch ne schöne Markierung dran Lackierung dran ja Lackierung Deluxe und da fliegen sie die ersten Klopper Digga und boom okay so läuft das hier und komm Leute okay aber geil aber richtig auf unsere Leute komm Digga der ist fast tot oh mein Gott ja Digga ich weiß nicht wo ich bin Alter die Anzeige ist so schlecht gemacht in dem Spiel wirklich so eine Kack Anzeige wo du hier bist mit dem Flugzeug Digga das ist doch wirklich nicht okay also ja man ey schade ey richtig schade ach ja gut machen wir mal hier kurz so Leute da sind wir back im Flieger ich hab jetzt mindestens geschlagene 5 Minuten oder so gewartet war schon hart ne ähm ja ich hab jetzt eigentlich nur Flieger gewartet um noch ein paar Minütchen Gameplay rauszuhauen ja wie gesagt das andere wurde ja runtergecuttet jetzt rede ich wieder nochmal vorausgesetzt das Gameplay der geht nicht 8 Minuten noch Alter das ist jetzt schon wieder jemand mit dem Flack ne wir müssen die Flack finden da hinten ist er weil die Bombe Leute die F-Punkt alles weg nein ähm ja die ist halt richtig krass stark gegen so Flacks und so da ist die Flack fuck sorry für den Ausdruck ja ich bin gerade ein bisschen scheiß daran vorbeigeflungen ja oh Digga ja Leute ich will einfach nur lieben man kennt's äh die Flacks haben zu OP gemacht Digga die sind einfach wirklich nicht mehr abnormal abzukönnen so spielen wir kurz wegen des Panzer vielleicht funktioniert das ja mal Digga was packt jetzt schon wieder rum alter EA ey Junge alter schaffen diesmal ihr Vollpfosten Mates so jetzt gehen wir mit Flammbärfeil rein ja schön rein damit rein in die Olga ja schön rein damit Flammenwerfer die Flammen der Hölle der Bunga man kennt's wawoom Junge da kommt der Flammenwerfer pass auf Gegner ach ja man kennt's EA die Panzer die fallen ja mal um Digga was war denn das alter jawohl das meine ganzen hangern sind kids das wird auch richtig schön warm das stimmt die 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 ... j Komm, erobern. Boom, Alter, das ging ja gerade ab, ey. Ey, der ganze Hangar heute läuft, ey. Wir haben die ganzen Hangar destroyed, Mann. Moin. Läuft. Ah, Digger. Das gibt's nicht, Junge. Genau, Mate, bauen wir auf, Junge. Wir brauchen mal ein bisschen Reparaturzweig. Ja, Leute, ich würde mal sagen, an der Stelle laden wir Teil 2 bald mal hoch, ne? Und, äh, ja, dann sehen wir uns mal später, würde ich sagen. Haut rein, habt noch jetzt einen schönen Tag, schönen Abend, ne? Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Gameplay. Bis dahin, ciao, Leute. Wir sehen uns. Und wir machen jetzt erstmal Panzer-Review.